Moin, wisst ihr schon was Autorap ist? Das ist so ne App, wo sich jeder übertrackst ist Deine Mutter rappt mit, denn sie hat Tactics und gibt den Counter-Strike den ganzen Tag nur Head-Klicks Ja man, sie ist der übelste Brocken, ist den ganzen Tag immer nur am Zocken Sie bestellt sich Pizza, denn sie hat keinen Bock auf Kochen Sie geht doch nicht aufs Klo, denn sie macht sich auf die Socken Verstehen wir wie ich mein? Ja? Versteh ich ja, Socken, ja Aufnahme stoppen